Wir notieren 30 Punkte in 56,5 Sekunden. Hier begrüßt uns Mona Krompe. Sie startet für den RfV Schwanheim, gesattet hat sie Ironman B451. Sie startet für den RfV Schwanheim, gesattet hat sie Ironman B451. Sie startet für den RfV Schwanheim, gesattet hat sie Ironman B451. FlDa ist die RfV Schwanheim, gesattet hat sie Ironman B451. Musik 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 Gang 3 in der laufenden Wertung in 49,31 und 40 Punkte.